Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Wassermann, heute gibt es tolle Neuigkeiten von einem Geschäfts- oder Liebespartner. Vielleicht kehren Sie von einer langen Reise mit lebensverändernden Neuigkeiten zurück oder Sie haben einen Glücksfall erlebt, von dem ihr beide profitieren werdet. Die vorherrschenden Energien deuten auf Erfolg, Glück und ein Gefühl von Glück, Erfolg, Begeisterung und Optimismus hin. Wenn es ein Projekt gibt, das du schon lange in Angriff nehmen wolltest, ist jetzt die perfekte Zeit dafür. In diesen aufregenden Zeiten, in denen viele Menschen als Reaktion auf den kollektiven Schmerz des vergangenen Jahres Gutes tun wollen, ist es wichtig, dass du deine Aufmerksamkeit konzentrierst. Anstatt dich von der Vielzahl der Botschaften in der Welt ablenken zu lassen, konzentriere dich darauf, dich selbst zu verbessern. Richte deine Bemühungen darauf, dein körperliches und geistiges Wohlbefinden zu steigern und dein Lebensumfeld zu verbessern. Wenn du dich um dich selbst kümmerst, bist du besser gerüstet, um dich gemeinsam mit Gleichaltrigen für das Wohl der Gesellschaft einzusetzen. Auch wenn du oft gerne an das Gute in anderen glaubst, ist es heute wichtig, dass du konkrete Beweise dafür einforderst, dass sie ihre Versprechen auch einhalten können. Gib dich nicht mit bloßen Absichten zufrieden, sondern sorge dafür, dass die Taten mit den Worten übereinstimmen. Heute hast du die Gelegenheit, deine Beziehungen in einem neuen Licht zu sehen. Wenn du auf der Suche nach Liebe bist, ist es ratsam, weniger konventionelle Wege zu gehen und gewöhnliche oder traditionelle Situationen zu vermeiden. Öffne dich für einzigartige Möglichkeiten, indem du dich an Orte mit alternativen Lebensansichten begibst oder dich Gruppen anschließt, die sich mit spirituellen Themen beschäftigen. Wenn sich das kosmische Wetter ändert, solltest du vorsichtig und überlegt vorgehen. Es könnte eine wichtige Entscheidung anstehen und übereilte Handlungen sollten vermieden werden. Mach dich auf einige emotionale Höhen und Tiefen gefasst, besonders in deinen Beziehungen. Wenn du Geduld und ein offenes Herz hast, kannst du diese Herausforderungen meistern und gestärkt daraus hervorgehen. Die himmlischen Turbulenzen bieten auch Chancen für persönliches Wachstum und Transformation, also bleibe mit beiden Beinen fest auf dem Boden und nutze das Potenzial, das sich dir bietet. Der heutige Widermond kann deine Geduld auf die Probe stellen, vor allem durch seine Konjunktion mit Chiron, dem heilenden Zentauren, der im Widder rückläufig ist. Dieses Gefühl kann sich noch verstärken, wenn du in letzter Zeit deine Selbstfürsorge vernachlässigt hast. Um ein tieferes Verständnis deiner Gefühle zu erlangen, solltest du dir Zeit für introspektives Schreiben nehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du heute vielversprechende Nachrichten von einem Geschäfts- oder Liebespartner erhältst, die auf Erfolg, Glück und ein Gefühl von Glück und Optimismus hindeuten. Um die Fülle an Botschaften und Aufrufen, Gutes in der Welt zu tun, zu bewältigen, solltest du deine Aufmerksamkeit auf die Verbesserung deines Selbst, dein körperliches und geistiges Wohlbefinden und die Verbesserung deines Lebensumfelds richten. Gib den Taten den Vorrang vor den Absichten, wenn es um Versprechen von anderen geht. Nutze die Gelegenheit, deine Beziehungen auf neue und unkonventionelle Weise zu erkunden, besonders wenn du auf der Suche nach Liebe bist. Vermeide gewöhnliche Umgebungen und gehe stattdessen an Orte mit alternativen Perspektiven oder schließe dich Gruppen an, die sich mit spirituellen Themen beschäftigen. Wenn das kosmische Wetter umschlägt, solltest du den Tag mit Vorsicht und Bedacht angehen, vor allem, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Sei auf emotionale Höhen und Tiefen in deinen Beziehungen vorbereitet und meistere diese Herausforderungen mit Geduld und einem offenen Herzen, denn sie bieten Chancen für persönliches Wachstum und Transformation. Im Bereich der Emotionen solltest du dich mit introspektivem Schreiben beschäftigen, um dein Verständnis zu vertiefen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die drei der Stäbe steht für Expansion, Erkundung und den Blick in die Zukunft. Diese Karte zeigt, dass du heute voller Optimismus und Vorfreude bist. Sie steht für eine Zeit der Horizonterweiterung und der Suche nach neuen Möglichkeiten. Die drei der Stäbe ermutigt dich, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben und mutige Schritte in Richtung deiner Ziele zu unternehmen. Sie erinnert dich daran, dass du dir eine bessere Zukunft schaffen kannst, wenn du dich auf Veränderungen einlässt und dich ins Unbekannte wachst. Zusammen mit der drei der Stäbe haben wir den Narren. Diese Karte steht für Neuanfänge, Spontaneität und einen Vertrauensvorschuss. Sie steht für eine Zeit, in der du dich mit einem Gefühl der Unschuld und des Vertrauens auf ein neues Abenteuer einlässt. Der Nar lädt dich dazu ein, die Energie der Spontaneität zu nutzen und Risiken einzugehen, ohne Angst vor dem Scheitern zu haben. Er erinnert dich daran, dass manchmal die lohnendsten Erfahrungen gemacht werden, wenn man aus seiner Komfortzone heraustritt. Als letztes haben wir den König der Münzen. Diese Karte steht für finanziellen Reichtum, Stabilität und ein starkes Verantwortungsbewusstsein. Sie steht für eine Zeit der Sachlichkeit und für die Notwendigkeit, deine Ressourcenweise zu verwalten. Der König der Münzen ermutigt dich, deine finanziellen Angelegenheiten verantwortungsvoll anzugehen und deine Ressourcen effektiv zu nutzen. Er erinnert dich daran, dass du deine langfristigen Ziele erreichen kannst, wenn du für Stabilität und Sicherheit sorgst. Die drei der Stäbe, der Nar und der König der Münzen bilden zusammen eine Kombination aus Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Mach dir heute die Energie der drei der Stäbe zunutze, indem du optimistisch nach vorne blickst und nach neuen Möglichkeiten suchst. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten und gehe mutige Schritte auf deine Ziele zu. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Narren, indem du offen für neue Anfänge bist und einen Vertrauensvorschuss gibst. Lass dich auf Spontaneität ein und hab keine Angst, dich ins Unbekannte zu wagen. Kanaliere die Energie des Königs der Münzen, indem du verantwortungsvoll und praktisch an deine finanziellen Angelegenheiten herangehst. Verwalte deine Ressourcen weise und sorge für Stabilität und Sicherheit. Diese Deutung steht für einen Tag der Expansion, Spontaneität und Praktikabilität. Lass dich von der Energie der drei der Stäbe inspirieren, indem du optimistisch in die Zukunft blickst. Lass dich von dem Narren inspirieren, wenn du dich auf neue Abenteuer einlässt. Nutze schließlich die Weisheit des Königs der Münzen, um deine Ressourcen effektiv zu verwalten und die finanzielle Stabilität zu erhalten. Denke daran, dass du dir eine Zukunft schaffen kannst, die mit deinen Zielen und Wünschen übereinstimmt, wenn du mutige Schritte unternimmst und Veränderungen mit Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein annimmst. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl von Aufregung, Spontaneität und Sachlichkeit bewältigen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.